Die vier besten Monitore mit Lautsprechern und Webcam, ein Vergleich. Ich habe mir den Dell Videokonferenzmonitor S2722DZ gekauft und bin sehr zufrieden. Der 27 Zoll Monitor hat eine Auflösung von 2560x1440 und eine LCD LED IPS Technologie. Die Reaktionszeit beträgt 4 Millisekunden und die maximale Bildwiederholfrequenz 120 Hz. Es ist mit einer E-Kamera, einem Mikrofon und einer Helligkeit von 350 cdm² ausgestattet. Der Monitor verfügt über einen Displayport, einen USB-C-Anschluss, einen HDMI-Anschluss und AMD FreeSync. Außerdem ist er mit einem 3-Jahres-Dell-Austausch-Service und einem Platinsilber-Design ausgestattet. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf und kann ihn jedem empfehlen, der einen hochwertigen Monitor benötigt. Ich bin sehr zufrieden mit meinem neuen Samsung M5 Monitor S27BM500Ö. Der 27 Zoll VA-Panel bietet eine hervorragende Bildqualität und die Full-HD-Auflösung sorgt für ein klares und scharfes Bild. Ich liebe auch das dreiseitig fast rahmenlose Design und die eingebauten Lautsprecher. Die Bildwiederholrate von 60 Hz sorgt für eine flüssige Wiedergabe und ich kann auch die Smart-TV-Apps mit der Fernbedienung nutzen. Der Monitor ist in schwarz und passt perfekt zu meinem Setup. Ich kann dieses Produkt nur empfehlen. Ich bin sehr zufrieden mit dem ViewSonic VG2740V 68,6 cm, 27 Zoll, Business Monitor mit Webcam. Der Monitor ist sehr leistungsstark und bietet ein Full HD IPS-Panel, HDMI, DP, USB 3.2 Hub, Webcam mit Mikrofon, Höhenverstellbar, Lautsprecher, Eyecare und einen 4-Jahres-Austausch-Service. Der Monitor hat eine sehr gute Bildqualität und eine einfache Bedienung. Ich kann ihn jedem empfehlen, der einen leistungsstarken Business Monitor benötigt. Der Preis ist auch sehr angemessen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Dell Videokonferenzmonitor S2422HZ. Das 23,8 Zoll LED LCD IPS-Display hat eine Reaktionszeit von 4 Millisekunden und eine Bildwiederholfrequenz von 75 Hz. Die Helligkeit beträgt 250 CDM² und es gibt einen Displayport, USB-Anschluss und Stereo-Lautsprecher. Der Monitor ist mit AMD FreeSync ausgestattet und bietet einen 3-Jahres-Dell-Austausch-Service. Der Platinum Silver Rahmen sieht sehr modern aus und passt zu jedem Setup. Ich kann diesen Monitor jedem empfehlen, der ein hochwertiges und zuverlässiges Produkt sucht. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.